heute mit dem produkt baby root von nestle habe ich bisher noch nie gesehen habe ich vor allem amerikanischen us aber ein us-suites importer geordert das verspricht hier bursting peanuts also erdnüsse reiches karamell das sein mag und das war's genau das hört ja schon mal gut an vier gramm proteine drin sind da drin auf einem wiegel von keine ahnung 250 vielleicht deutsche übersetzung die ich nicht lesen kann so typischer amerikanischer schokolade ist relativ hoch und lang silberne verpackung blau keine ahnung ich kann mir jetzt auch kein bild drauf also ich habe es also von vorne von außen nicht vorstellen was drin ist schauen wir mal rein so da ist ein gelitten würde ich sagen der ist schon ein bisschen kaputt gegangen so ich habe so eine hälfte hier cool der ist schon mal in der mitte aufgerissen was aber natürlich jetzt uns ermöglicht mal in das innere zu schauen das hier wird wohl karamell sein dann sehe ich hier oben was soll das sein so ein crispy zeug erdnüsse werden wahrscheinlich erdnüsse werden das sein und was ist das das ist eine erdnuss ok wo ist das nougat ok das unten ist das nougat und da oben ist eine karamellfüllung drauf und dann kommen nüsse drauf und dann kommt die schokolade das riecht ohne ende nach erdnüsse schokoladen geruch dabei also schokolade und erdnüsse passen total super zusammen ich weiß was soll ich kippie doof gott also etwas ohne ende das füllt den mund für einige minuten würde ich mal sagen ich habe also gleich noch mal spaß das alles zwischen meinen zähnen rauszupulen ziemlich cremige angelegenheit mit den erdnüsse da wird crunchy man die schokolade schmeckt man kaum erdnüsse ist ziemlich dominant und das ist eigentlich alles zu warm und süß süß ohne ende die schokolade die schokolade wo lassen sie heute abend nestle baby root baby ruth erdnüsse und nougat lecker angelegenheit die schokolade würde ich wieder kaufen finde ich also wenn ihr mal in den USA seid schaut euch mal um dieses ding mit ähm nach diesem teil ziemlich geniales teil grüner schokoriegel ist glaube ich auch ein ziemlich guter ernährungsersatz danach hast du mir überhaupt keinen hunger mehr alles klar danke fürs zuschauen schauen wir vorbei auf meiner webseite facebook oder bei google alles klar bis zum nächsten mal und tschüss j auch mögge und 400 Vielen Dank.